hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge kam ich ja wir sind wieder am start es begrüßt euch die gamer biene und der bauer hanke hallo ja ich gehe schon die die ganze zeit das spazieren und fragen was ich mache ich schon weiß nicht wie viele wochen nicht mehr ja ich weiß nur dass der motor fehlt die reifen und die flüssigkeit das sehe ich sonst lasse mich überraschen einfach drauf los arbeiten genau das werde ich auch tun genau ja ich habe hier noch mein port mustang vor der tür steht wo ich eigentlich dachte ich verdient schon verkauft aber habe ich nicht also machen wir das jetzt mal eben wie viel gibt es dann dafür ja 118 1385 das geld ja ich habe nichts mehr vor der tür stehen meine tür ist leer ich verkaufen jetzt und wiedersehen ja und dann gehen wir mal hier weiter ran an unserem moneyo die bühne fängt schon wieder an zu die fluchen lecker mir los bühne reparieren vom motor gebe gerade in arsch ja was jetzt mein gott das ist nicht gut wenn alles im arsch geht was der war auf 15 prozent unten jetzt habe ich einmal grün geschafft und ist gleich auf 100 prozent wie geben das gute frage ist ja logisch ja manchmal funktioniert das manchmal nicht für 15 prozent normalerweise ist ja schon im arsch zu viel arsch heute irgendwie auch so muss sowas muss man sein wie ne liegt nicht am bier nein nein auf gottes hölle ne lass mich doch nicht am bier haben ja nur schon sechs liter intus also nach sechs liter könnte ich gar nicht mehr sprechen glaube ich würde ich würde ich schon gar nicht mehr sitzen bei sechs liter da wäre ich sowas von weg da würde ich im koma liegen hier ist der motor ständer den suche ich auch jedes mal du den ständer was man nicht findet das kann allerdings auch nur eine froh sagen ständer die man nie hat bei uns männer wird das schon ein bisschen schwieriger naja nicht dieser mann hat ein ständer zumindest nicht immer genau wir sprechen nur die wahrheit aus das was uns gerade im kopf rum geht das sprechen wir aus wo sieht man ja gut das ist das ist das steht nur motor wie kann ich sehen welcher motor das ist hast du den motorblock noch ja den bruchst du eigentlich nur umstände aufmachen ja das zeigt mir nur mutter aber nicht welchen genau aber das steht auch in der info vom opfer ja da sind irgendwo angaben über motor mutter leistung mutter tausch optionen das ist ein motor v 12 am 11 jetzt bin ich scheiter das ist gescheiter eben nicht eben nicht okay ich weiß nur dass ich ein v 12 mutter und muss auch sachen für 12 kaufen ja aber normalerweise wenn du den motorblock auf dem ständer aufmarsch normalerweise baut sagt er den an was das vermuten wird oder bringe ich da jetzt was durcheinander ok ich gebe mal was in diese einkaufsliste hast doch nicht alles nee ich habe gar nichts von dem also ok 46 oder zwölf mal so voll dann ja aber wo zwölf brussel halt eben zwölf mal kohlen kohlen ringe und wie nennt man das also ich komme jetzt gerade nicht auf den vollen namen aber ich glaube das von klarer deckel ja das brauche ich und wie nennt man denn den deckel oben drauf ölwanne man muss erst mal wieder überlegen um da rein zu kommen ja wie gesagt ich war schon lange nicht mehr da das ist jetzt auch schon mich wundert mich wundert dass ich ihn doch weiß wie ein autor schaut ja guck mal ich bin jetzt zwei wochen aus dem urlaub wieder da dann war ich zwei wochen in urlaub also ich glaube sechs wochen länger ist das schon her wo wir drauf waren die gemacht haben vor dem urlaub ja und sechs wochen ist das bestimmt schon her ja zum lager platte des kupplung deckel was jetzt kommt nur eine nicht trocken ja vor allem wenn man lange nicht drauf war ja erst mal dann wieder rein zu wieso ist jetzt karosserie wieder nur auf was soll holen hallo und sei zu hier kochen bringe ich nehme mal die die richtig sind durch Ich nehme sie. Zwölf Stück. Diese Kurbellagerdecke heißen die, glaube ich, irgendwie so. Die haben wir auch schon. Irgendwas ist gut. Leute, Biene steht auf dem Schlauch, helft dir doch mal. Ich weiß nicht welche. Lockenwellen knappe. Das sind Lockenwellen, das ist nicht. Nein, 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 das ist ja schon ganz was anderes da. Falsch. Ist so jetzt. Ja, ich müsste jetzt warten, bis ich deine Folge gesehen habe, um zu sagen, das und das. Ja, ja. Dann kann ich nicht warten. Nee, ist ein bisschen lang, ne? Ja. Ähm. 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 Ja, ich auch im Moment. Ähm. Das ist unser neues Gesprächsthema. Ähm. Ja, der zeigt mir Karosserien 99% an. Ich weiß nicht, was davon fehlt. Ist auch alles dran. Ich hab dich noch bet Tipps getan. Ich habe mich nicht ausgetauscht. Hm. Der heißt nicht auf 100%. Ich weiß mir ja nicht. Ach, schon. weiter weiter wie nennt man den schuss jetzt weiß ich was ich nicht gemacht habe da gibt es ja noch eine heckscheibe das sollte man mir auch erzählen das ist auch eine heckscheibe also gekauft hatte ich die heckscheibe schon ich habe die nur vergessen auszubauen vorher wo ich jetzt den wagen unten zusammen oder mache ich jetzt gute ach ich mach den motor wir gehen auch mal auf dem v12 mein hund fängt schon wieder an ich auch gleich du auch gleich ob du musst doch nicht schneichen das wird ein bier mehr trinken hier trinke ich gern werde ich müde ist aber vielleicht gerade nicht gut wenn wir aufnehmen wollen nicht gut wäre es nicht das ist besser wir haben diese schwierigkeiten im moment den kursor auf die richtigen teile zu setzen dass wir einbauen kann ich möchte das zu wenig gedrängt logisch und pleu lager deckel ist das mein gott man die neule lager deckel sagt das dort hier habe ich doch gerade hier eingebaut warum sagst du ja weil ich ja nicht weiß was du suchst welche deckel gibt es verschiedene ich merke mal den namen nicht scheiße das ist schlecht bläulagendeckel mein gott da kann ja ewig suchen beendet da sind sie ja mein gott hast du bis nächste woche sowieso wieder vergessen ja ich auch habe ich ja gerade gesagt das hast du bis nächste woche ja sowieso wieder vergessen ja ich weiß das ist halt die frage wenn ich wüsste was du suchst könnte ich dir sagen aber wenn du jetzt so sagst deckel gibt es verschiedene ja 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 mal so liebe biene so wie dem motor einmal das muss besser ein bisschen da dran nicht maschine juhu erzähl mal von deinem single projekt von mein single projekt ja hier eigentlich werbung machen stimmt ja wenn diese folge rauskommt dann ist das projekte ja schon angewiesen ist dass mich daran erinnerst ich hätte das jetzt erst nächste woche gemacht gut dass du hast ja meine lieben zuschauer ich habe im ls ein single player projekt gestartet das ist heute auf dem sonntag wo wir diese folge aufnehmen die erste folge rauskommt was hast du am mutter tag ist die folge rausgekommen genau am mutter tag ist die folge raus gekommen ja das ist eine holländische karte wie nöwe heißt die die hatte ich mal so ein bisschen privat angespielt und habe eigentlich gedacht wenn die schon privat sox macht er doch ein let's play von und so ist das eigentlich entstanden und das habe ich am mutter tag die erste folge rausgehoben und bin ja mal gespannt wie sie bei euch ankommt es ist halt was ganz anderes ne wenn du alleine darum daddelst und ich habe schon gesagt in der ersten folge wo fehlt jetzt die unterstützung ja ja genau und vor allen dingen habe ich jetzt ja auch gesagt ich möchte am liebsten ohne helfer spielen also wirklich alles selber machen und es wird auch kein vorarbeiten mehr geben dass ich auf screen und was macht es wird alles in folgen festgehalten ja und da die felder etwas größer sind und ich nur klein drescher hat könnte es mal ein bisschen länger dauern drei stunden später das könnte aus passieren ja ja das muss ich auch alles einspielen und aus der zeit doch sowieso gesagt ich habe nur gedacht ob du jetzt alleine hier rum daddelst oder eine folge aufnimmst du kannst du auch irgendwas quallen und machst du daraus gleich eine folge in die squadung quasseln eben ja und so hatte ich mir das heute überlegt und glaube ich mal in kurzer hand aufgenommen das war ganz spontan heute bei mir wird angezeigt biene deswegen ein netzwerk fehler wird ist denn unsere liebe biene noch da hallo biene 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 bist du da ich bin noch da ja wo man tut es nicht ich rede die ganze zeit mit dir bei mir stand gewissen würde ich kann wegen netzwerk fehler nicht mit dir reden aber bei mir stand das sachen trotzdem war ich da komisch mein gott ich rede die ganze zeit ich rufe immer biene wo ist unser biene und keine reaktion dachte du bist weg und ich dachte du wärst weg mein gott ich wollte ja ich wollte erst sagen hauptsache sie ist jetzt nicht mit dem ce fehler geflogen weil nämlich wie ich das spiel gestartet habe vorhin bin ich mit ce fehler raus geflogen das ist blöd ja ich habe das spiel gestartet das ist vorne am startbildschirm reingegangen ins menü habe ich auch gedacht doch ich bin habe ich das spiel neu gestartet dann seitdem funktioniert das wird auch schon die zündkerze die zündkerze elektronik ja wie man die findest bei elektronik ja wirklich super das war sie noch das weißt du noch so gut ja noch was ja das richtig gemacht wenn du das noch weiß das haben wir da wo zwölf mutter das auch ein ganz schöner klopper mutter du ja und was gibt es bei dir so neues drei wochen arbeiten dann bin ich zwei wochen wohlverdienten urlaub will ich hoffen im wohlverdienten urlaub gott sei dank langsam werde ich am rat ja das glaube ich ja ist nichts wenn man nur arbeitet davon bin ich eine woche weg 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 aus wien und dann eine woche hier und die eine woche wenn du wieder hier bist wüsste ich bestimmt aus luft schnappen dann ist das wetter auch besser würde ich hoffen ich hoffe auch also bei uns in bremen ist das eigentlich immer so immer so zu meinem geburtstag ende juni das was wir doch gut ich habe bis jetzt noch nie regen auf mein geburtstag das hat schon was zu sagen ich bin ja auch schon etwas älter ich weiß und wenn dennoch noch nie regen hat es auch dein geburtstag das ist ein gutes oben nicht wirklich aber kann sie mal aussprechen oder kannst du unser pro 12 fertig also der motor und das auto jetzt musst du auch dazu sagen ich habe es ein bisschen einfacher ich war heute zuhose ich konnte schon ein bisschen vorbereiten und wer unfair ja ich weiß aber wir machen zusammen das beste daraus ich versuche ich versuche dich so gut wie möglich zu unterstützen ich habe den servo behälter nicht so habe ich den servo behälter nicht doch nicht fertig das auto ist ich habe ich habe den ich habe den motor jetzt fertig zu früh geschrieben nein ich habe ja gesagt ich habe den motor fertig zu früh geschrien wieso zu früh geschrien dachte du bist fertig mit motor nicht mit ich werde ich diese folge ohne gefährlich kriegen gott sei dank gott sei dank ich auch nicht was für ein wunder du auch nicht das ist bei mir kein wunder dass ich bin ja fertig das dauert zu lange guckt ich kann wenn wir anderen doch ich kenne einen der sich das anguckt ja einen vielleicht zwei dann war es das auch schon ja ich habe schon darüber nachgedacht vielleicht sollte man wirklich sogar mit folgenlänge noch ein bisschen weiter runter gehen dann kriegst du gar nichts mehr zu sagen das ist natürlich das problem an die ist shoppen kaufst ein und das war's du bist kein trottel was 1 2 3 4 5 6 7 8 ok das sind seit 20 stück zwölf stück so eine seite ist das rad wieder dran an sein zack 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 rühl really gott Jag somebody got me started Das ist aber so schön mit dir aufzunehmen, man hat so viel Spaß dabei, man kann so schön lachen. Ich höre keinen lachen. Ich habe doch gerade gelacht. Ah ja, das warst du. Kannst du sagen, was du mich veräppeln willst oder was? Die wird frisch, die Frau. Du bist bei niemandem. Ich glaube, ich muss Kenny immer Bescheid sagen, das hatte ich immer über das Gesicht. Warum Kenny? Ich glaube, der wohnt ein bisschen näher bei dir dran. Das glaube ich auch. Der wohnt ja NRW, oder? Ich glaube ja, ne? Ja. Auf jeden Fall näher. Ne, nicht so nah. Nein, er wohnt nicht bei dir um die Ecke, das ist klar. Ja. Ja, also so noch nicht, ne? Nein, so nah nicht, aber. Er wohnt, glaube ich, schon ein Stückchen näher als ich dran. Das weiß ich nicht. Ach, NRW sind von mir aus auch nochmal so knapp, äh, 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 250, 300 Kilometer. Ja. Ah, doch so weit weg, okay. Hm. Hm. Hm, keine NRW. Hm. Hm. Egal, dann... Dann... ...wessen nicht. Dann muss man das auf ein Treffen verschieben. Das übers nie legen. Ja. Ja. Man braucht das. Ja. Habe ich schon abgespeichert. Hahaha. Ja, das heißt, wir müssen uns mal treffen. Ja. Unbedingt. Sonst wird das, sonst wird das gespeicherte Alt, ne? Ja. 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 Die, ja. Die, ja. NRWs sind auch herzlich eingeladen. Ja. Aber nicht alle. NRWs, Ws, sag ich, Ws. Ja. Schon alle. Schon alle. 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 Pass mal auf, dass... Pass mal auf, dass sich komplett Nordrhein-Westfalen, denn auf einmal bei dir steht. Ja, warum nicht? Nur her damit. Hahaha. Das wären aber ein paar Leute mehr, du. Hahaha. Das wären aber ein paar Leute mehr, du. Ja, desto trotz, wir haben unser folgen Ende erreicht. Geh lecker mio. Ich bin doch immer nicht einmal mit dem Motor fertig. Hahaha. Hahaha. Ja, was soll ich da jetzt? Ach Gott. Aber ihr kennt das schon. Ja. Biene drödelt herum. Nein. Du machst deine Arbeit nur gewissenhaft. 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 Ich weiß, ich mache nicht alles Rote Vodi. Ne. Schade. Ich müsste nur noch 6... 6 Teile einbohne, dann wäre ich mit dem Wagen fertig geworden. Äh, das machst du jetzt sicher nicht. Nein. Wir fangen damit extra eine frische Folge an. Genau. So sieht es aus. Deswegen würde ich jetzt sagen, vielen Dank, dass ihr uns wieder zugeschaut habt. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich danke auch Biene, dass du dabei warst. Ehm, Dito. Und denn, ihr wisst wie es läuft. Abonnieren, kommentieren und einen Like da lassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin sagt euer Bauer Hanke. Tschüss. Tschü tschü. Eure Gamer Biene. Tschü tschü. Tschü tschü. Tschü. Gereichen K Paste. Tschü. Musik 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 Musik